Zu einem schweren Busunfall kam es am Freitagnachmittag auf der A10, dem südlichen Berliner Ring. Ein Reisebus aus Baden-Württemberg fuhr in Richtung Schönefelder Kreuz, bis er vor dem Anschluss Glindl aus noch nicht bekannter Ursache in Schleudern geriet und sich auf dem rechten Fahrbahnrand überschlug. Einer der Ersthelfer wie Udo Hentscher berichtet, was er zum Zeitpunkt des Geschehens miterlebte. Ich war so ca. 15 bis 20 Meter hinter dem Bus. Der Bus ist auf den rechten grünen Streifen geraten. Und ist dann ins Schleudern geraten und hat sich gedreht und ist auf die Fahrbahn gefallen. Bremsen, bremsen, bremsen. Das waren meine ersten Gedanken. Ich habe gedacht, er kommt noch weiter zur Mitte, weil ich auf der Mittelspur gewesen bin. Für mich war nur reagieren, bremsen, damit mir selber nichts passiert. Dann habe ich sofort angehalten und dann haben wir erste Hilfe mitgeleistet. Ein völliges Durcheinander im Inneren. Ich selbst, ich war ein bisschen mehr im Hintergrund. Ich habe dann die Verbandskästen rausgeholt. Sechs Rettungshubschrauber flogen die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser. Bei den Reisenden handelt es sich um eine Reisegruppe aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die in Richtung Berlin unterwegs waren. Es handelt sich hier insgesamt um 20 Verletzte. Die gehen gegenwärtig von vier Schwerverletzten aus, die mit den Rettungshubschraubern abtransportiert wurden. Die Menschen sind sicherlich, dass sie nicht nur die Schwerverletzten aus den Rettungshubschraubern abbrechen.